moin leute so jetzt mal ein kleines update ich hatte vor vier monaten video gemacht in dem ich gefragt habe oder euch gezeigt habe was in proxmox läuft bei mir ja genau vor vier monaten was läuft in der proxmox vier monate in der heutigen schnelllebigen zeit also auch in der schnelllebigen zeit ist natürlich eine ewigkeit deswegen mache ich mal kurz hier ein kleines upgrade für die frage was läuft unter proxmox also bei mir hat sich da einiges getan ich habe also proxmox aufgerüstet das ist ja im prinzip hier mein zweiter proxmox server ich hatte vorher also vor vier monaten hatte ich den zweiten proxmox server war das war eine desktop maschine das hier ist jetzt ein richtiger server ibm 3550 m3 und ja ist marginal ausgelastet speicher ist hier ein bisschen höher ausgelastet weil das company diese company vm ist in windows 10 habe ich mit 16 gigabyte schon mal belegt deswegen ist das hier ein bisschen mehr ausgelastet also ihr seht ich habe jetzt natürlich mein drucker server weiterhin open vpns habe ich jetzt mal kurz dp wird weil ich das noch nicht so eingerichtet habe mir das gefällt p hole das monta netzwerk da kriegt dann meine netzwerk aktivitäten angezeigt der webmin ja den habe ich einfach mal zum testen ich kannte den noch von vor zehn jahren mal installiert ich werde nochmal glaube ich wieder runterschmeißen weil der ist ja nur hier für die kleine maschine jetzt für seine maschine ist es ja im prinzip eine eigene vm und da hilft er mir nicht viel also eine spielerei der wird wieder runterfliegen ip fire gefällt mir gut muss ich mich aber noch wirklich extremst mit beschäftigen gerade was die firewall regeln und so zu tun hat sehr interessantes sehr interessantes programm und ja da wird es vielleicht auch noch mal was drüber geben company ist windows 10 hier habe ich einfach mal vor in näherer zukunft mal so ein kleines nebengewerbe aufzumachen deswegen habe ich mir das mal installiert dann haben wir noch den anderen server den kennt ihr ja das ist also die große maschine da ist natürlich hier der speicher schon ein bisschen höher ausgelastet ist es aber liegt einfach daran weil der windows 10 mit 22 gig schon gefüttert wird deswegen ist das hier relativ ausgelastet ist aber auch kein problem ich habe noch weitere 32 gb rumliegen die könnte ich noch mit dazu bauen wenn es nötig sein sollte ist aber momentan nicht da läuft ein docker im docker habe ich jetzt drei container drin laufen dann meine cloud läuft das ist auch wunderbar das will ich auch nicht mehr missen die eigene cloud auf dem proxmox das ist super also auch gerade was die sicherungen angeht dann film datenbank da habe ich filme und serie mal serien mal in so eine datenbank mit eingebaut hier steht test wiki es ist ja kein test mehr ich habe es als test mal installiert habe aber festgestellt dass der test wirklich gut ist und dass mir das gleich gefallen hat und ich hatte keinen bock mehr das dann zu löschen und umbenennen ach ist auch quatsch ist ja einfach nur eine wiki zu der wiki werde ich vielleicht auch noch mal was machen das ist die wiki ist bootstack also es ist nicht jetzt die doku wiki oder sonst irgendwas das doku wiki hat sich versucht hat sich bei mir nicht einfach installieren lassen in der vm denn in der ct das ist ein container und deswegen ist es dann bootstack geworden dann klar windows 10 ja da läuft man plex drüber und alles und natürlich der aero broker auch über eine vm hier hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht den aero broker in den container umzuziehen ähm ja ich weiß nicht ich habe bei so sachen wie ähm ein iobroker den habe ich jetzt das ist im prinzip mein ur erster iobroker ähm der ist von dem p umgezogen auf dem b-link der ist von dem b-link ähm umgezogen auf eine windows vm unter und der virtual box von da ist er umgezogen jetzt auf die proxmox maschine in der vm das hatte an den grund weil ich ähm ja noch ein paar spielereien machen wollte in in linux also habe ich das in der vm umgebaut die spielereien brauche ich jetzt nicht mehr jetzt könnte ich das umziehen in der ct und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen bin ich an einem punkt angekommen wo ich gesagt habe auch die vm frisst nicht viel brot für die maschine ähm warum soll ich jetzt ein laufendes gut funktionierendes system ähm einfach ummodeln umbau zum home lab ähm ja wie gesagt mir gefällt es mir macht es spaß es ist ein hobby ähm es sind auch die kosten jetzt zweitrangig ähm beim hobby natürlich soll es keine hunderttausende kosten aber die paar tausend euro ähm im laufe der jahre die man da investiert hat ich glaube ähm das ist ganz gut zu vergnügen und meine freundin gott sei dank ähm beschwert sich nicht darüber dass ich zu viel geld für sowas ausgeben würde ähm ja also alles im grünen bereich dann danke fürs zuschauen und wenn ihr fragen habt in die kommentare ich versuche sie zu beantworten bis die tage 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 bis die tage